Hi, ich bin Sarah, ich bin 24, ich bin Rettungssanitäterin und mache jetzt hier bei Falk berufsbegleitend die fünfjährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Wir waren der erste fünfjährige Notfallsanitäterkurs in Deutschland. Die Möglichkeit hätte ich so bei einem anderen Arbeitgeber nicht gehabt. Es macht Spaß, ich werde hier gut unterstützt, gerade wenn Menschen sterben oder wenn Kinder involviert sind, dann ist das was, was man schon können muss. Und ich habe das Glück, dass ich Kollegen habe, mit denen ich auch über alles reden kann. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich mit einer Situation alleine gelassen werde. Und das ist das, was ich an den Kollegen hier im Vergleich zu anderen Berufen, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, wirklich zu schätzen weiß.